Ich war schon immer fasziniert. Bei mir haben immer schon Menschen, die zum Beispiel ins Militär gegangen sind oder auch Polizisten, eine Stärke ausgestrahlt. Und ich wollte auch so stark sein. Mein Vater ist ins Militär und viele von meinen männlichen Freunden sind ins Militär. Es haben immer so viele Menschen davon erzählt. Aber ich wollte es selber erleben. Ich wollte diese Challenge annehmen. Kann ich überhaupt arbeiten? Kann ich auch so gut sein wie ein Mann? Das war so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, mach es. Geh doch ins Militär. Ich bin wirklich am Anfang fast durchgedreht. Wir sind neun Stunden auf dem Feld und es ist minus 10 Grad und es schneit. Und es ist kalt. Du bist müde. Für jemanden, der mit dem KV gearbeitet hat, ist das halt am Anfang wirklich. Also man hat wirklich alles getan. Und dann bist du da. Die schneit so. Du schaust so. So die anderen Leute alle im gleichen Militäröffent. Du denkst einfach so, fuck man. Und du suchst so wieder den Grund, wieso du das machst. Und dann so einen Anschiss. Und am liebsten willst du einfach nur nach Hause. Ich habe das damals als Soldat nicht so gerne gefunden. Aber jetzt als Wachmeister ist es mega cool. Das ist eine riesen Herausforderung. Ich habe das Gefühl, ich bin so gewachsen. Eine Schwäche von mir ist, dass ich mich nicht entscheiden kann. Oh mein Gott, wie oft ich vor dieser Scheissentscheidung stand, was ich mit meinem Leben mache. Und ich habe Pro und Kontra Liste geschrieben. Ich habe meine Freunde gefragt. Ich habe meine Familie gefragt. Aber selber entscheiden, das konnte ich irgendwie nie. Aber als Wachmeister kannst du das nicht mehr machen. Du stehst in einer Situation, in der alle Augen auf dich gerichtet sind. Und alle erwarten, dass du Entscheidungen triffst. Die die beste für alle ist. Und das ist verdammt schwierig. Und ich glaube, das ist etwas, das man lernen kann. In dem man einfach Entscheidungen trifft. Immer wieder Entscheidungen trifft. Ich glaube, das habe ich gelernt. Also ich kann wirklich sagen, das wirst du jetzt bewusst geworden. Also ich kann das gerne, wenn ich weiss, was ich zu tun habe. Ich kann das gerne, wenn es mir vorgegeben wird. Ich habe immer gemeint, ich bin so ein mega freiheitsliebender Mensch. Aber irgendwie habe ich es doch gerne, wenn ich geführt werde. Das habe ich auch erst gelernt als Militär, dass ich so bin. Das grösste Vorteil, den ich bekomme, ist, dass ich ins Militär gehe, weil ich einen Geltungsdrang habe. Zum einen habe ich die Rolle Schochling gesucht. Und ich bin auch gerne speziell. Das kann ich nicht leugnen. Aber zum anderen ist es halt, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind, dann hast du viel mehr Probleme. Wenn ein Mann im Militär nicht mitmacht, dann ist den anderen scheissegal. Aber wenn du als Frau nicht mitmachst, dann sagen alle, was macht dich denn da? Wenn du den Sinn vom ganzen Militäransicht nicht siehst, logisch sitzt du dann dort, hast du deine Waffe in der Hand und denkst, wieso muss ich das jetzt machen? Wenn es ja eh nie gebraucht wird, zum Beispiel. Wenn du dir diese Frage stellst, dann ist es ultra schwer, einen Sinn dahinter zu finden. Ich sitze auch sehr oft an diesem Punkt. Weil die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts ist klein. Ich glaube, da sind wir aus einem. Für mich ist mehr die Frage vom ganzen Militär an sich. Ich würde auch, wenn jemand meine Familie bedroht, sie verteidigen. Das ist für mich klar. Das ist wie ein grösseres Denken. Ich würde halt auch mein Land verteidigen. Das klingt mega patriotisch. Das ist auch so. Aber es ist eher der Sinn dahinter, dass ich mich hier zu Hause fühle und dass ich gerne mein Zuhause verteidigen würde.